Hi Freunde, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin bei Lidl und wir haben uns doch letztens über die Rettertüte von Lidl unterhalten im Live und deswegen zeige ich euch heute mal, wo die steht, weil viele wussten nicht, wo die bei denen im Lidl steht, bei uns steht sie hier, wartet, ich drehe mal um Hier ist unser Eingang und hier am Brot vorbei steht bei uns hier immer so ein Körbchen, wo so die Sachen vom Vortag drin sind und da könnt ihr sehen, hier ist die Rettertüte, hier in dem Fall eine noch übrig, heute Freitagabend, alles Gemüse, also alles Blattzeug Kann ich jetzt nicht brauchen, aber jemand anders bestimmt Nächstes Mal mal gucken, was nächstes Mal drin ist und dann gucken wir mal, ob ich da was draus machen kann Ach guck mal, meine Frau kommt auch gleich rein, ich brauche sie nicht Also Freunde, bis zum nächsten Mal, jetzt wisst ihr Bescheid, wo es die Tüte gibt Lidl Rettertüte für 3 Euro, Obst oder Gemüse, je nachdem, also Tschüss